Christkindlmarkt heißt das Gruzifix und bei den Preisen heißt es Weihnachtsmarkt und nicht Wintermarkt. Nur weil gerade jeder geistige Dünnschiss mit Integration getarnt wird, müsst ihr uns nicht unsere Tradition nehmen. Wir leben in Deutschland und das gehört uns, das ist unsere Tradition. Das hilft keinem Schwanz, wenn man das Wintermarkt darf. Hört einmal auf mit dem Krampf, hockt euch einmal hin, da bei dem schönen Wetter, geht jetzt raus. Schnauft einmal wieder durch, dass einmal ein bisschen Sauerstoff ans Hirn hinkommt. Gruzifix. Geht mit eurem Scheiß.